Moin! Nur damit ihr euch nicht hier über dieses etwas ungewöhnliche Video auf meinem YouTube-Kanal wundert, ich habe am vergangenen Montag einen Workshop gehalten für das Dresdner-Projekt Live Again. Das ist ein sehr, sehr cooles Projekt. Ihr könnt gerne auch mal, wenn euch das interessiert, auf deren Webseite vorbeischauen. liveagain.de ist jetzt hier unten eingeblendet. Und für die habe ich einen Workshop gehalten zum Thema Bildkomposition und Bildsprache mit Fokus auf die Videografie. Also wie sollte man sein Bild in der Videografie aufbauen? Und ich habe mir gedacht, ey, thematisch passt es doch eigentlich auch perfekt hier auf meinem YouTube-Kanal. Weil ich beschäftige mich hier auf meinem YouTube-Kanal ja auch mit Fotografie und Videografie. Und andererseits habe ich auch den Workshop-Teilnehmern vom Montag versprochen, dass ich den Mitschnitt von der Präsentation nochmal irgendwo online hochladen werde, damit sie sich die ganze Präsentation nochmal angucken können. Jetzt bin ich leider ein kleiner Idiot und habe versehentlich beim Mitschneiden der Präsentation am Montag in meinem OBS versehentlich den falschen Audio-Eingang ausgewählt gehabt. Und das ist natürlich tendenziell ungünstig, weil dann kann man mich nicht hören. Ich hätte jetzt halt das Video hochladen können, wo man sieht, wie ich schön meine Präsentation durchklickere, aber man hätte halt nichts gehört. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier einfach nochmal auf, naja, mit Kamera statt mit Publikum, aber dafür mit dem richtigen Ton. Und dafür wechseln wir direkt einmal hier rüber. Genau, also in meiner Präsentation ging es oder geht es um Bildkomposition und Bildsprache, ich habe es gerade schon gesagt, mit Fokus auf die Videografie. Jetzt ist das allererste, was man natürlich erstmal klären sollte, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, nicht, wie mache ich Bildkomposition, sondern was ist Bildkomposition denn überhaupt? Denn wenn man an Komposition denkt, dann denken die meisten Menschen wahrscheinlich eher an die Musik. In der Musik ist die Komposition eben die Art und Weise, wie ein Musiker, ein Künstler sein Musikstück aufbaut, um eben, ja, die Emotionen und das Feeling rüberzubringen, was er gerne rüberbringen möchte. Und das ist essentiell in der Fotografie und in der Videografie genau das Gleiche, weil auch ein Bild wird im weitesten Sinne komponiert. Auch das muss ja irgendwie zusammengesetzt werden. Die Bildkomposition ist also der Aufbau des Bildes, um Story und Emotionen rüberzubringen, beziehungsweise die Story und die Emotionen rüberzubringen, die wir damit rüberbringen wollen. Dafür setzen wir die Bildkomposition ein und auch Immersion zu erzeugen. Immersion ist jetzt so ein fancy Fachbegriff, wer das vielleicht noch nie gehört hat. Immersion bedeutet im weitesten Sinne so viel, dass es der Versuch ist, den Zuschauer möglichst real in diese Situation hineinzuversetzen, also möglichst in das Bild hineinzuziehen, dass er tatsächlich das Gefühl hat, das ist eine reale Situation. Grundsätzlich gilt auch in der Bildkomposition, wie in allen anderen Bereichen der Videografie, auch Story is King. Klar, natürlich ist es auch wichtig, ein Bild entsprechend ästhetisch aufzubauen. Es sollte schon auch halbwegs nach was aussehen, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Euer Bild kann noch so geil aussehen, wenn es keine Story rüberbringt, wenn es keine Emotionen rüberbringt, wenn, ne, dann bleibt das Ganze auf der Strecke und dann wird euer Video am Ende eben langweilig. Deswegen, ne, ich kann es nicht oft genug predigen, Story is King in allen Bereichen der Videoproduktion, also ganz egal, ob es jetzt der Schnitt ist, ob es die Planung ist oder eben, ob es die Bildkomposition ist. Alles, was ihr mit eurem Video macht, sollte eure Story vorantragen. Insgesamt, ähm, ja, ist die Bildkomposition schon viele Jahrhunderte alt und da haben sich über die Jahrhunderte diverse alte, ja, Regeln und Tipps und Tricks irgendwie angesammelt, ähm, wie man eben ein Bild homogen aufbauen kann, denn die Bildkomposition kommt halt, ne, früher aus der Malerei, ist dann aus der Malerei, als die Fotografie erfunden wurde, eben in die Fotografie mit übergegangen und aus der Fotografie dann eben auch in die Videografie. Es gibt aber noch einen speziellen Sonderpunkt, der mit der Videografie neu dazugekommen ist. Das Problem an der Videografie ist nämlich, dass man eine konstante Veränderung von Bildern hat. Also, du hast halt nicht ein Bild, was du deinem Zuschauer vorsetzt und deinem Zuschauer sagst, hey, hier, guck dir vielleicht mal dieses Foto hier an und dann hat er ganz lange Zeit, um dieses Foto anzugucken, sondern du hast halt wirklich, ne, je nachdem mit wie vielen Frames pro Sekunde du arbeitest, 24, 25, 30 Frames pro Sekunde und kannst deswegen nicht, beispielsweise ist es nicht möglich, mehrere Informationen, also mehrere wichtige Informationen, die der Zuschauer mitkriegen sollte, in einem einzigen Frame unterzubringen. Also, wenn du in einem Frame mehrere Fokuspunkte hast und aber, ne, in einer Millisekunde schon auf den nächsten Frame weitergeschaltet wird, so, dass das funktioniert nicht. Das kann der Mensch nicht in dieser kurzen Zeit aufnehmen. Deswegen ist einer der wichtigsten Punkte in der Bildkomposition speziell, was die Videografie angeht, dass wir ganz gezielt den Blick von unserem Betrachter lenken. Also, wir wollen, dass der Zuschauer immer genau da hinguckt, wo wir wollen, dass der Zuschauer hinguckt. Und dass er dadurch halt alle wichtigen Informationen mitkriegt, die wir ihm entsprechend mitgeben wollen. Das Wichtigste dafür ist es eben, ein klares Hauptmotiv zu haben, ne. Also, um den Blick des Betrachters lenken zu können an die Stelle, wo wir ihn haben wollen, müssen wir uns überhaupt darüber im Klaren sein, ja, was ist denn überhaupt die Stelle, wo wir ihn haben wollen und sollten deswegen beim Planen unseres Videos eben auch genau bedenken, okay, wo soll unser Zuschauer denn tatsächlich eigentlich hinschauen. Denn das riesengroße Problem ist, wir Menschen sehen biologisch immer nur einen einzigen Punkt scharf. Das macht man sich im Alltag nicht so sehr bewusst, weil wir mit unseren Augen wahnsinnig schnell hin und her wandern können und dadurch auch sehr gut Flächen wahrnehmen können. Aber wenn ihr euch hier in meiner Präsentation vielleicht einmal auf den Punkt, also, wenn ihr euch einmal auf das Wort scharf konzentriert und das Wort scharf anfokussiert, dann werdet ihr feststellen, das Wort Mensch vorne in der Präsentation, das könnt ihr schon gar nicht mehr lesen, das ist unscharf, das ist aus eurem Sichtfeld rausgewandert. Natürlich können wir innerhalb von wenigen Sekunden diesen kompletten Satz lesen, Mensch sieht immer nur einen Punkt scharf, aber wenn wir uns gezielt auf einen Punkt konzentrieren, dann wird der Rest des kompletten Bildes eben unscharf. Und weil wir eben, wie gesagt, in der Videografie diese Problematik haben, dass die Frames sehr, sehr schnell wechseln, ist es eben sehr, sehr wichtig, diesen einen gezielten Punkt entsprechend zu lenken. Ich habe es gerade schon gesagt, in einem Frame mehrere wichtige Elemente zu haben, funktioniert nicht, weil das kriegt der Zuschauer einfach essentiell nicht mit. Ich habe dazu schon mal das erste x-beliebige Musikvideo genommen, was mir eingefallen ist. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben und raten, um welches Musikvideo es sich handelt. Ich werde es gleich verraten, es ist das Musikvideo von Gangnam Style von Psy. Und das ist einfach ein Stillframe aus diesem Musikvideo. Und dieser Frame ist, ich würde sagen, wenn man den einzeln so hinstellen würde, ist es ein schlechter Frame. Denn hier ist nicht klar, wo der Zuschauer hinschauen soll. Es gibt keinen klaren Fokuspunkt in diesem Bild. Also wir haben halt hier irgendwie diese Pferde, wir haben hier drüben andere Pferde, wir haben hier hinten diese Tür. Wahrscheinlich würde der Zuschauer am ehesten auf diese weiße Tür schauen, aber es ist nicht so ganz klar, wohin der Blick gelenkt werden soll. Wenn wir aber in exakt demselben Video ein paar Frames weitergehen, so dann kommt hier halt auf einmal Psy rausgelaufen und damit ist der Fokuspunkt direkt sofort klar. Der Hauptfokuspunkt in diesem Bild ist halt der Psy, wie er da seinen Song vorträgt. Trotzdem hat es ja dieser Frame hier aus irgendeinem Grund ins Musikvideo geschafft. Obwohl ich sage, dass es ein schlechter Frame ist. Denn dieser Frame wird im Rahmen des Musikvideos trotzdem in einen Kontext gesetzt. Der Zuschauer weiß an dieser Stelle trotzdem, wo er hinschauen soll. Nicht, weil der Frame als solcher gut ist, sondern einfach, weil der Editor, also der Mensch, der das Ganze geschnitten hat, an der Stelle einen guten Job gemacht hat und durch das Editing den Blick an diese Stelle gelenkt hat. Und der Zuschauer weiß, nicht bewusst, aber unbewusst, ganz genau an dieser Stelle wird Psy gleich auftauchen. Wir können uns das Ganze ja einmal als Video angucken. Ich habe hier einfach die ersten Sekunden von Gangnam Style genommen und mal einen roten Kreis drüber gepackt, an die Stelle, wo eben der Blick des Betrachters hingelenkt werden soll. Das merkt man nämlich sehr, sehr schön bei diesem Musikvideo. Also wir haben hier am Anfang diese junge Dame mit ihrem Fächer und dann auch direkt wieder links oben in der Ecke. Auch das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dass Psy halt hier dann links oben in der Ecke ist. Und dann wandert er mit seinem Kopf rechts rüber. Dann haben wir da eben, hoppla, jetzt habe ich wieder nach vorne gemacht, das wollte ich nicht. Dann wandert er mit seinem Kopf hier rüber. Damit shiftet der Fokuspunkt nach rechts. Hier haben wir tatsächlich einen kleinen Sprung. Das passt auch grob, aber es ist ein kleiner Sprung vom Fokuspunkt drin. Ich glaube, das kann man noch vertreten. Und jetzt kommt dann gleich der entscheidende Cut. Jetzt zoomt es hier raus. Es wird wahrscheinlich mit einem Kran aufgenommen sein, vermute ich mal. Und an dieser Stelle, habt ihr es gesehen, es wechselt halt von ihm, wie er hier auf seiner Liege liegt, an exakt die gleiche Stelle. An dieser Stelle haben wir gerade geguckt, weil da liegt er auf seiner Liege. Und genau an derselben Stelle erscheint er dann im nächsten Frame. Deswegen ist eben, ich habe es gerade eben schon gesagt, dieser Frame auch entsprechend valide. Und das ist in Ordnung, dass die, also in Ordnung, ich judge hier über ein Musikvideo, was viele Millionen Klicks hat. Also es hat einen Grund, warum dieser Frame so eingesetzt ist, wie er eben eingesetzt ist. Wie bekommen wir jetzt aber den Blick des Betrachters gelenkt? Außer durchs Editing, ne? Also wenn dieser Frame hier halt der allererste Frame im Video gewesen wäre, dann wäre es kein guter Frame gewesen, weil dann eben nicht klar gewesen wäre, wo der Zuschauer hinschauen sollte. Dazu gibt es einige Tricks, die sich eben über Jahrhunderte etabliert haben, weil das sind tatsächlich Tricks, die wir auch aus der Fotografie und wenn wir noch weiter zurückgehen, auch aus der Malerei schon kennen. Ne? Solche Tricks können sein, beispielsweise Führungslinien, die Leserichtung und mehr und speziell auf die Führungslinien und die Leserichtung werde ich jetzt im Folgenden noch ein bisschen mehr eingehen. Ich glaube, was Führungslinien sind, kommt schon so ein bisschen aus dem Namen Führungslinien hervor. Führungslinien sind einfach Linien im Bild, die auf unser Hauptmotiv zeigen. Ne? Und die können wir ganz gezielt und ganz bewusst in unserem Bild platzieren, um eben den Fokus genau dahin zu lenken, wo wir ihn haben wollen. Ne? Wenn wir einmal wieder diesen Frame hier aus dem Musikvideo von Psy nehmen, dann sieht man relativ schnell, hier wurde halt einfach die Perspektive als Führungslinien genutzt. Wir haben einen klaren Fluchtpunkt und durch diesen Fluchtpunkt ergeben sich eben in der Perspektive Linien, die genau auf unser Hauptobjekt zeigen. Die einfachste Art und Weise, Führungslinien zu erzeugen, ist eben mit so einem Fluchtpunkt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel auch möglich, Führungslinien durch parallele Linien zu erzeugen. Also wenn wir mal einen anderen Frame aus Gangnam Style nehmen, dann wird das mit Sicherheit auch eine bewusste Entscheidung gewesen sein, dass halt die Kameraeinstellung so eingestellt wurde, dass hier diese Lichter, diese Neonröhren, genau auf der Höhe vom Gesicht dieses Protagonisten sind. Also die zeigen sehr, sehr schön eben auf den Protagonisten drauf. Und das hätte man ja variieren können, wenn man mit der Kamera eben weiter oben oder nach unten geht. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Kameramann an dieser Stelle ganz bewusst diesen Kamerawinkel gewählt hat, um eben mit diesen Neonröhren, die hier an der Decke hängen, auf das Gesicht von diesem Actor in dem Musikvideo zu zeigen. Jetzt kann man nicht nur Führungslinien bewusst einsetzen, um damit auf Objekte zu zeigen. Es ist nicht nur wichtig, auf Führungslinien zu achten, weil man damit gezielt auf Objekte zeigt, sondern es ist auch andersrum wichtig, auf Führungslinien zu achten. Denn wenn man nicht darauf achtet, dann können unbeabsichtigte Führungslinien den Zuschauer auch fehllen lenken und den Zuschauer vielleicht an eine andere Stelle blicken lassen, wo wir gar nicht wollen, dass der hinguckt. Das nächste Thema ist die Leserichtung. In unserem Kulturkreis ist es so, wir lesen halt von links nach rechts und von oben nach unten. Deswegen ist es auch so, wenn wir jetzt mal aus der Videografie rausgehen und eher in die Fotografie oder in die Malerei und wir ein Bild haben, wo es halt zwei Fokuspunkte gibt, also zwei Punkte, die irgendwie wichtig sind für die Story von diesem Bild, dann wird der Zuschauer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Fokuspunkt, der näher an der linken oberen Ecke ist, zuerst sehen, weil wir eben auf die Art und Weise ein Bild analysieren, von links nach rechts und von oben nach unten. Aber auch Prozesse funktionieren für uns in unserem Kulturkreis kognitiv immer von links nach rechts. Also auch zum Beispiel, wenn etwas von links unten nach rechts oben geht, dann werden wir das in unserem Kulturkreis immer als einen Anstieg wahrnehmen. Das werden mit Sicherheit auch die Menschen oder der Mensch, der das Deutsche Bank Logo designt hat, gewusst haben. Ne, hier ist halt ganz speziell, ganz bewusst ein Anstieg symbolisiert. Und wenn wir das, genau dieses Logo einfach mal nehmen und spiegeln würden, so dann bekommt das auf einmal eine ganz andere Semantik und eine ganz andere Bedeutung, weil es halt mehr nach Abfall, nach Abfall aussieht. Die Deutsche Bank sieht nach Abfall aus. Der Joke hätte mir mal am Montag einfallen sollen, da hätten bestimmt alle drüber gelacht. Ne, also wie gesagt, es bekommt eine ganz andere Semantik, wenn wir das Ganze spiegeln, weil es für uns auf einmal halt eben nicht mehr nach einem Anstieg, sondern nach einem Abfall aussieht. Aber auch, wenn wir beispielsweise einmal in die Malerei gehen und uns hier dieses bekannte Bild Joachim unter den Hirten angucken, so rum ist das Bild im Original, ne, und so sieht es so aus, als wären hier diese Hirten und dieser Joachim kommt eben zu den Hirten gelaufen und, ja, erzählt denen irgendwas, überbringt denen irgendwie, keine Ahnung, frohe Kunde, was weiß ich was. Und wenn wir genau dasselbe Bild einmal nehmen und es spiegeln, dann bekommt es auf einmal eine ganz andere Story, wenn wir dieses Bild betrachten. Weil auf einmal sieht es nicht mehr so aus, als würde der Joachim zu diesen Hirten laufen, sondern es sieht andersrum so aus, als würden die Hirten eben zum Joachim laufen und, keine Ahnung, den Weisen um Rat fragen, was weiß ich was. Damit sind wir jetzt auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema, ne. Hier haben wir jetzt gerade schon über Semantik gesprochen, also was bringen wir damit für eine Story und eine Emotion drüber. Denn auch das ist eine der Hauptaufgaben von der Bildkomposition, eben Emotionen zu erzeugen und die Story rüberzubringen, die wir rüberbringen wollen. Damit kommen wir zum ersten Punkt, es ist die Blickrichtung. Nicht verwechseln mit der Leserichtung, die Leserichtung ist, wie wir dieses Bild betrachten, aber es ist auch wichtig, in welche Richtung passieren Dinge im Bild, ne. Also zum Beispiel, in welche Richtung blicken Menschen, die im Bild zu sehen sind. Blicken die ins Bild rein, blicken die aus dem Bild raus? Auch das bekommt wieder eine ganz andere Semantik. Also wenn wir dieses Bild hier einmal betrachten, dann sehen wir, keine Ahnung, einen Mann, der halt nach vorne blickt, vorwärts blickt. Wir können sehen, was dieser Mann sieht, nicht nur, weil er eben von links nach rechts guckt, guckt er für uns in die richtige Richtung und guckt vorwärts. Auch wenn man das Ganze andersrum machen würde, würde er ja trotzdem ins Bild reingucken. Und wir können sehen, was er sieht. Er hat irgendwie einen klaren Werdegang, wir wissen klar irgendwie, worauf er abzielt. Und wenn wir uns im Vergleich mal das Bild angucken, wenn wir ihn eben ans Ende, ne, ich sag auch schon wieder ans Ende des Bildes rücken, so, dann bekommt es auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung. So, jetzt wissen wir halt nicht, was dieser Mensch sieht. Dadurch wirkt das Ganze irgendwie schon so ein bisschen mystischer, so ein bisschen ungenauer, ein bisschen undefinierter. Man könnte vielleicht auch interpretieren, dass dieser große Bereich hinter ihm eben halt vielleicht bedeutet, dass er über irgendwelche Sachen nachdenkt, dass er unsicher mit irgendetwas ist. So, das hat eine ganz andere Semantik. Das werden mit Sicherheit auch die Macher von Star Wars gewusst haben. Also, ich bin mir auch sehr sicher, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass eben in Star Wars beim Kampf auf Hoth, aber auch ansonsten an vielen anderen Stellen, es so ist, dass die Rebellen unter der Führung hier von Luke Skywalker sich eben von links nach rechts bewegen, während die Angreifer des Imperium von rechts nach links kommen. Weil wir eben sofort kognitiv verstehen, aha, okay, die Rebellen bewegen sich in die richtige Richtung, zumindest für unseren Kulturkreis, während gegenläufig dazu eben das Imperium in die falsche Richtung läuft. Jetzt wird es nochmal abgespielt. Genau, das nächste Thema. Auch leere Flächen komponieren das Bild. Also, auch leere Flächen kann man in einem Bild ganz bewusst einsetzen. Und auch hier, wie bei allen anderen Regeln, ist es natürlich wichtig, sie tatsächlich bewusst einzusetzen und nicht versehentlich. Also, wir hatten gerade eben schon dieses Bild hier. Auch hier kann man eben, wie gesagt, den Negative Space hinter ihm durchaus interpretieren, dass er halt vielleicht eben über Sachen nachdenkt. Aber auch beispielsweise nach oben gibt es immer wieder Fälle, wo in der Videografie ganz bewusst Headspace, also Platz über dem Kopf des Actors, eingesetzt wird, um eben da ja eine gewisse Leere zu symbolisieren, sodass er halt vielleicht beispielsweise über etwas nachdenkt oder so. Und das ist tatsächlich auch ein klassischer Fehler, in Anführungsstrichen, den ich selber auch gemacht habe, aber den ich auch sonst häufiger bei Filmanfängern denke, äh, denke, sehe, dass die Oberkante des Kopfes eben nicht an der oberen Kante der Kameraeinstellung platziert wird und da aber auch nicht bewusst drüber nachgedacht wird. So, das ist absolut valide, man kann das machen, wenn man da einen Grund dafür hat, aber man sollte halt eben auch einen Grund dafür haben. Wenn man das einfach so macht, ähm, dann, ja, symbolisiert es halt vielleicht so eine Unsicherheit an der Stelle, wo man das eigentlich gar nicht möchte. Eine Serie, die ich euch an dieser Stelle sehr empfehlen würde, weil sie sehr, sehr gut mit, mit Kamerawinkeln, ähm, aber eben beispielsweise auch mit Negative Space, mit ins Bild hineinblicken, aus dem Bild hinausblicken und so weiter arbeitet, ist die Serie Mr. Robot. Ähm, ich hab hier eine Szene aus, boah, ich weiß gar nicht, ob es die erste Folge ist, auf jeden Fall irgendwo in der ersten Staffel, ähm, wo der Hauptprotagonist von dieser Serie eben bei seiner Therapeutin ist und sich mit seiner Therapeutin unterhält. Und wir sehen hier schon, ne, sie sitzt halt, also sie guckt zwar in die falsche Richtung, auch hier kann man wieder sehen, okay, sie ist halt vielleicht in diesem Fall nicht unbedingt die Hauptprotagonistin, sondern sie blickt unseren Hauptprotagonisten an, aber sie sitzt grundsätzlich richtig, so, sie blickt ins Bild rein, wir sehen, was sie sieht und im Gegensatz dazu, der Hauptprotagonist ist halt eher in so einem sehr ungewohnten Kamerawinkel, ne, er ist hier auf der linken Seite, auch hier kann man wieder schön sehen, okay, die unterhalten sich halt, ne, sie ist auf der rechten Seite des Bildes, er ist auf der linken Seite des Bildes, aber trotzdem blickt er aus dem Bild raus, so, ne, und auch da kann man natürlich wieder ganz viel reininterpretieren, ähm, und, also, da kann man nicht nur im Nachhinein reininterpretieren, sondern da interpretieren wir kognitiv auch ganz automatisch Sachen rein, wenn wir diese Einstellung eben so in einem Video sehen, so, ne, man könnte jetzt hier zum Beispiel denken, okay, also wir sehen nicht, was er sieht, so, keine Ahnung, er ist halt so ein bisschen so ein mystischer Charakter, wir wissen nicht genau, was hinter ihm steht, er denkt vielleicht über viele Sachen nach, er ist so ein bisschen unsicher und das wird sehr, sehr gut hier einfach durch die Kameraeinstellungen rübergebracht. Ich hab's am Anfang schon mal gesagt, Ästhetik sollte sicher nie das Einzige sein, worauf man achtet, trotzdem ist es natürlich auch wichtig, ein Bild entsprechend ästhetisch zu gestalten, damit die Zuschauer sich das tatsächlich auch anschauen wollten. Ich glaube, die bekannteste Regel, was Ästhetik angeht, ähm, ist der goldenen Schnitt, beziehungsweise die Rule of Thirds. Das Ganze basiert auf der Fibonacci-Folge, ähm, die Fibonacci-Folge startet mit den Zahlen 1 und 1 und ist dann eine unendliche Folge, in dem man eben immer die vorherigen zwei Zahlen aus der Fibonacci-Folge nimmt und die aufeinander aufaddiert, ne, also 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 2 ist 5, 5 plus 3 ist 8 und so weiter und so fort. Und es ist nicht ganz wissenschaftlich klar, warum das so ist, aber diese Fibonacci-Folge kommt aus irgendeinem Grund in der Natur sehr, sehr oft vor und, ja, da könnte man jetzt auch wissenschaftlich sicher darüber diskutieren, ob wir als Menschen die deswegen ästhetisch finden, weil wir sie so sehr gewöhnt sind oder ob es irgendwelche anderen Gründe dafür gibt. Auf jeden Fall finden wir diese Fibonacci-Folge, beziehungsweise Sachen eben, die im Verhältnis dieser Fibonacci-Folge, im Verhältnis des goldenen Schnitts sind ästhetisch. Aus dieser Fibonacci-Folge lässt sich nämlich die Fibonacci-Spirale bilden, ne, also hier haben wir einfach eine Quadrate geschaffen aus den Reihen des goldenen Schnitts 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 und je größer wir in dieser Spirale werden, desto mehr nähern wir uns diesem Verhältnis des goldenen Schnitts an, ne, also 21 geteilt durch 13 ist jetzt noch nicht 1,618 und so weiter, aber wird sich eben immer mehr an die Zahl Phi annähern, das ist auch eine unendliche Zahl, genauso wie Pi, die ihr sicherlich aus dem Matheunterricht kennt, was ja 3,1415 oder sowas um den Dreh ist. Genau, Phi ist eben auch eine unendliche Zahl, die sich aus der Fibonacci-Folge ergibt. Und diese Fibonacci-Spirale, beziehungsweise generell Sachen im Verhältnis des goldenen Schnitts, ich habe es gerade schon angeschnitten, sehen wir in der Natur sehr, sehr oft. Und es ist nicht so ganz wissenschaftlich geklärt, warum das so ist, aber man sieht es in sehr kleinen Sachen, wie hier halt irgendwie die Blätter von dieser Pflanze, die hier genau eben in dieser Spirale des goldenen Schnitts zu sehen sind, bis ins ganz Große, zu der Form von irgendwelchen Galaxien, die halt auch in dieser Fibonacci-Spirale aufgebaut sind. Aber auch beispielsweise im menschlichen Gesicht findet sich dieses Verhältnis des goldenen Schnitts eben wieder, also beispielsweise die Höhe der Augen ist immer ungefähr im Verhältnis des goldenen Schnitts, ja, im Verhältnis zur Gesamthöhe des Gesichts. Und auch so lässt sich so ein bisschen wissenschaftlich erklären, warum wir eben manche Gesichter proportional einfach schöner finden als andere Gesichter. Und warum es Gesichter gibt, die eben auch über diverse Kulturkreise hinweg als schön empfunden werden, wo das halt nicht rein einfach nur durch, ja, Präsozialisierung, durch die Anerziehung funktioniert, sondern eben auch dadurch einfach, dass wir eben den goldenen Schnitt ästhetisch finden. Und das ist tatsächlich etwas, was auch schon seit vielen Jahrhunderten bekannt ist, also auch beispielsweise Leonardo da Vinci hat damals schon damit gearbeitet und hat eben ganz gezielt und ganz bewusst die Mona Lisa so aufgebaut, dass sie eben perfekt in dieses, also weiß man nicht, aber man kann das Verhältnis des goldenen Schnitts in dieser Zeichnung auch sehr, sehr gut wiederfinden. Ob er das jetzt bewusst gemacht hat oder ob das Zufall ist, dass er das genau so aufgebaut hat, weil er es halt schön fand, so das weiß ich jetzt nicht, ich habe ihn nicht persönlich gefragt. Genau, eigentlich ist das Verhältnis des goldenen Schnitts eben 1,618, also Phi zu 1. Das ist aber als unendliche Zahl immer ein bisschen schwer umzusetzen. Deswegen wird das Ganze häufig vereinfacht durch 2 zu 1 und daraus ergibt sich dann eben die Rule of Thirds. Das ist dieses klassische, ja, Raster, was ihr vielleicht aus eurer Kamera kennt, was man eben darüber legen kann, was die meisten Kameras eigentlich anzeigen können, womit man direkt quasi die Eckpunkte von der Rule of Thirds sieht. Und damit sind wir dann auch wieder beim Thema, den Blick des Betrachters zu lenken, denn weil wir als Menschen eben den goldenen Schnitt so ästhetisch finden, gucken wir ganz automatisch in einem Bild erst hier klassischerweise an die Schnittpunkte des goldenen Schnitts. Also das sind so die Punkte, wo wir am ehesten hingucken. Und damit können wir natürlich auch den Blick des Betrachters ganz gezielt dahin lenken, wo wir ihn eben haben wollen. Mal ganz abgesehen davon, dass der Mensch es eben auch ästhetisch finden wird, wenn Dinge entsprechend auf dem goldenen Schnitt platziert sind. Ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht. Auch der Fotograf von diesem Bild wird sich sicher was dabei gedacht haben, dass er eben speziell die Augen von diesem jungen Mädchen hier auch auf dem goldenen Schnitt platziert hat. Und damit können wir natürlich auch einmal wieder den Bogen zurückschlagen zu Mr. Robot. Hier passt das Ganze jetzt nicht exakt, aber auch hier wird es natürlich mit Sicherheit Absicht gewesen sein, dass eben ihr Gesicht ungefähr auf dem rechten oberen Eckpunkt des goldenen Schnitts ist, während eben gegenläufig das Gesicht vom Hauptprotagonisten auf der linken unteren Ecke des goldenen Schnitts ist. Das nächste Thema ist das Thema Tiefe erzeugen. Das Problem ist, die Fotografie und die Videografie sind ein zweidimensionales Medium. Wir Menschen sehen aber halt eben nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Dadurch, dass wir zwei Augen haben, haben wir eben diese dreidimensionale Wahrnehmung und können sofort wahrnehmen, was halt vielleicht etwas näher an uns dran ist, was etwas weiter von uns weg ist. Und wenn wir jetzt nicht zufällig gerade einen 3D-Kinofilm produzieren, dann funktioniert das in der Fotografie und in der Videografie nicht. Und dadurch wirken Fotos, die halt keine Tiefe haben, oft sehr langweilig, weil sie einfach nur wie eine einzelne Fläche wirken. Deswegen versucht man in der Fotografie und in der Videografie im Bild eben ganz bewusst und ganz gezielt Tiefe zu erzeugen, um damit das Bild etwas interessanter zu machen. Es gibt da so eine Fotografenregel, die sich auch schon seit Ewigkeiten durchsetzt. Vordergrund macht Bild gesund. Weil man eben dadurch, wenn man ganz gezielt ein Vordergrundelement im Bild platziert, ja, mehr Tiefe im Bild erzeugen kann, weil eben der Zuschauer beim Betrachten feststellt, ah, okay, wir haben hier halt irgendwie eine Separierung zwischen dem Vordergrund, dem Mittelgrund und dem Hintergrund. Und dadurch wirkt das Bild einfach insgesamt tiefer. Also dieses Bild hier, das hat jetzt von Grund auf schon eine relativ starke Tiefe, einfach weil es eine relativ geringe Tiefenschärfe hat. Also es ist hier wirklich nur das Fahrrad scharf und der komplette Vordergrund hier vorne ist unscharf, aber auch der Hintergrund hinten ist unscharf. Aber wir können dem ganzen Bild noch ein kleines bisschen mehr Tiefe verleihen, indem wir eben hier mit dem Kamerawinkel ein kleines bisschen weiter nach unten gehen, weil dadurch hier der Vordergrund eben nochmal deutlich unschärfer ist und wir viel mehr von diesem Vordergrund sehen. Und auch da gibt es noch eine Menge mehr Tipps und Tricks, wie man in seinem Bild Tiefe erzeugen kann. Da könnte man jetzt beispielsweise auch wieder auf die Führungslinien beziehungsweise auf die Perspektive zurückkommen. Auch da kann man mit gezielten Fluchtpunkten natürlich Tiefe in seinem Bild erzeugen. Ja, und last but not least gar nicht mal mehr nur der Aufbau, sondern auch die Farben haben natürlich einen Einfluss insgesamt darauf, wie der Zuschauer unser Bild wahrnimmt. Dafür machen wir erstmal einen Ausflug in die Biologie. Wie funktioniert denn eigentlich unser menschliches Auge? Wir haben als Menschen auf der Retina von unserem Auge, das ist sozusagen der Kamerasensor von unserem Auge, haben wir zwei unterschiedliche Arten von Rezeptoren. Das sind einmal die Stäbchen, die sind zuständig für die Helligkeitswahrnehmung, also um zu unterscheiden zwischen dunkel und hell. Und von denen haben wir sehr, sehr viele. Und im Gegensatz dazu haben wir die Zapfen, die eben zuständig sind für die Farbwahrnehmung und die dann wiederum unterteilt sind in die Zapfen, die zuständig sind, dass wir die Farbe Rot wahrnehmen, die Farbe Grün wahrnehmen und die Farbe Blau wahrnehmen. Von den Zapfen haben wir aber deutlich weniger als von den Stäbchen. Von den Stäbchen haben wir viel, viel mehr. Das sorgt beispielsweise auch dafür, dass wir im Dunkeln kaum noch Farben wahrnehmen, weil im Dunkeln eben die Zapfen nicht mehr aktiv werden, weil diese geringe Lichtintensität im Dunkeln nicht ausreicht, um die Zapfen tatsächlich anzusprechen, weil wir von denen eben deutlich weniger haben. Das sorgt eben, wie gesagt, dafür, dass wir im Dunkeln kaum mehr Farben wahrnehmen. Und ja, unser Sichtfeld im Dunkeln einfach fast schwarz-weiß aussieht. Also wir sehen hier noch so ein bisschen grün-braun Töne. Das hier oben könnte man vielleicht irgendwie als gelb interpretieren. Aber insgesamt ist da einfach nicht mehr viel Farbe im Bild. Es funktioniert eine Kamera aber eben nicht so wie unser menschliches Auge. Eine Kamera kann auch im Dunkeln durchaus noch Farben wahrnehmen. Bei den meisten Kameras ist es natürlich so umgesetzt, dass die Farbe im Dunkeln entsprechend reduziert wird, weil der Versuch natürlich ist, mit einer Kamera ein möglichst realistisches Bild zu erzeugen, weshalb auch in der Dunkelheit entsprechend die Farben rausgerechnet werden. Aber grundsätzlich kann sie das immer noch wahrnehmen. Und auch das können wir uns natürlich als Stilmittel zunutze machen. Wenn wir beispielsweise ganz gezielt ein surreales Bild erzeugen wollen, dann können wir am Ende in der Nachbearbeitung die Sättigung in einem Bild, was eindeutig im Dunkeln aufgenommen ist, einfach wieder reinkloppen. Und dadurch kommt so ein surreales Bild zustande, weil das etwas ist, was die Kamera zwar so sehen und wahrnehmen kann, was wir mit unserem menschlichen Auge aber so niemals sehen könnten. Also diese Farben sind hier nicht irgendwie im Nachhinein reingefotoshoppt. Die waren da schon. Die habe ich nur, als ich das Foto aufgenommen habe, mit meinem menschlichen Auge nicht wahrgenommen. Die Kamera hat sie aber eben durchaus mit aufgenommen. Dass wir im Dunkeln kaum noch zwischen unterschiedlichen Farben unterscheiden können, ist auch der Grund, warum der HSL-Farbraum so aufgebaut wurde, wie er eben aufgebaut wurde. Für die von euch, die sich vielleicht noch nie mit unterschiedlichen Farbräumen beschäftigt haben, der HSL-Farbraum ist ein digitaler Farbraum. Also eine Art und Weise, wie wir digital Farben abspeichern. Und das Ganze funktioniert so, dass wir eben einen 360-Grad-Kreis mit unterschiedlichen Jus, also mit unterschiedlichen Farbtönen haben. Also es gibt im HSL-Modell eben exakt 360 unterschiedliche Farbtöne. Und dann gibt es zwei Achsen, um diese Farbtöne noch entsprechend zu modifizieren. Das ist einerseits die Sättigung für S und die L für die Luminanz. Und je dunkler wir hier werden, seht ihr, geht das Ganze eben unten wie so ein Kegel zusammen. Und das werden sich die Macher dieses Farbraums auch ganz gezielt so gedacht haben, weil wir eben im Dunkeln kaum noch zwischen unterschiedlichen Farben unterscheiden könnten. Man hätte jetzt natürlich hier diesen Farbraum eben auch als Zylinder komplett bis nach unten durchführen können, dass man halt eben die Punkte tatsächlich einfach nur langsam dunkler macht, aber dass sie ihre Sättigung beibehalten. Aber das wäre ein bisschen verschwendeter Speicherplatz gewesen, weil wir eben als Menschen diese Unterschiede in den dunklen Bildbereichen sowieso nicht mehr wahrnehmen können. Für uns sieht es ab einem gewissen Punkt einfach nur noch alles schwarz aus, dunkel aus. Im Gegensatz dazu beispielsweise ein anderes Farbmodell, was, glaube ich, würde ich behaupten, mit das weit verbreitetste Farbmodell, zumindest im digitalen Raum ist, ist das RGB-Farbmodell. Und hier haben wir halt deutlich mehr Farbtöne auch in den dunklen Bereichen, aber das nur einmal kurz angerissen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Zapfen im menschlichen Auge sind dafür zuständig, die Farben wahrzunehmen. Es gibt aber auch da nochmal einen Unterschied davon, wie viele wir davon haben. Wir haben nämlich insgesamt in unserem Auge wesentlich mehr rote und grüne Zapfen als blaue Zapfen. Auch da gibt es nochmal einen Unterschied zu den Stäbchen. Und deswegen wirken diese beiden Farben, rot und grün, für uns Menschen deutlich intensiver, weil wir die eben sehr viel intensiver wahrnehmen als im Gegensatz dazu blau. Das werden sich sicherlich auch die Erfinder der Ampel damals, werden das ganz gezielt und bewusst eingesetzt haben, weil eine Ampel ist natürlich etwas, was wir möglichst auf den ersten Blick sehen sollen, damit wir wissen, ob wir jetzt hier halt rüber gehen oder rüber fahren dürfen oder nicht. Und dafür wurden eben hier ganz gezielt die Farben rot und grün eingesetzt und gelb, weil es genau die Mischfarbe aus rot und grün ist. Also wenn man rot und grün additiv mischt, dann kommt halt gelb dabei raus. Und deswegen, ich verwende meinen Arsch drauf, dass wer auch immer die Ampel erfunden hat, das ganz gezielt so gemacht haben wird. Jetzt ist es aber so, dass wir mit gewissen Farben natürlich auch verschiedene Sachen assoziieren. Also keine Ahnung, wenn wir in unserem Kulturkreis beispielsweise an Rot denken, dann ist Rot eben die Farbe der Liebe. Und das ist natürlich auch ein Stilmittel, was man ganz gezielt in einem Video einsetzen kann. Hier muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Farbassoziationen eben kulturell sehr, sehr unterschiedlich sind. Also unterschiedliche Kulturen bringen mit unterschiedlichen Farben unterschiedliche Emotionen und Situationen in Verbindung. Ich habe dazu hier diese spannende Studie mal rausgesucht. Da hat sich jemand mal den Aufwand gemacht und eben die unterschiedlichen Semantiken von unterschiedlichen Farben zu unterschiedlichen Situationen in unterschiedlichen, wie oft habe ich jetzt unterschiedlich gesagt? Ich habe sehr oft unterschiedlich gesagt, in unterschiedlichen Kulturkreisen analysiert und hier visualisiert. Und da sieht man schon, dass es in manchen Punkten ist es sehr ähnlich. Also wenn wir beispielsweise hier uns einmal die 41 angucken, da haben alle Kulturen sich für die Farbe Rot entschieden. Die 41 ist jetzt hier Heat. Also Hitze ist in allen Kulturen mit der Farbe Rot symbolisiert. Das macht ja auch irgendwie Sinn, weil Feuer ist halt Rot. Aber mit anderen Themen kann es durchaus sehr auseinander gehen. Da können auch beispielsweise Komplementärfarben, die für uns jetzt erstmal optisch gar nichts miteinander zu tun haben, genau die gleiche Semantik haben. Also wenn wir uns hier beispielsweise einmal die 35 angucken, die 35 ist Good Luck, also Glück, dann haben wir hier halt in einigen Kulturen die Farbe Grün und in anderen Kulturen die Farbe Rot. Manche bringen halt Rot mit Glück in Verbindung, andere bringen Grün mit Glück in Verbindung. Hier muss man insgesamt mit Farbassoziationen also sehr, sehr vorsichtig sein, weil es sehr stark auseinander gehen kann. Grundsätzlich gilt aber, was man sich eben auch durch die Biologie erklären kann, Rot und Grün sind insgesamt eher Signalfarben, weil wir die eben deutlich stärker wahrnehmen. Und Blau ist grundsätzlich eher eine ruhige Farbe. Und last but not least das letzte Thema präattentive Wahrnehmung. Was zum Geier ist präattentive Wahrnehmung? Ist wieder so ein fancy Fachbegriff. Präattentive Wahrnehmung ist sozusagen der erste Eindruck von unserem Auge, wenn wir etwas sehen. Ich habe dazu einmal einen wunderschönen kleinen Versuch hier rausgesucht, den wir einmal zusammen machen können. Ich klicke gleich hier unten auf Start und dann werden hier in diesem Feld mehrere Kreise und oder Vierecke angezeigt. Und unter den ganzen Blauen wird sich möglicherweise oder auch nicht ein Roter befinden. Und wir gucken einmal, ob wir eben sehen, ob dieser rote Kreis da mit drin ist oder nicht. Und das Ganze wird eben nur 200 Millisekunden angezeigt. Da war ein roter Kreis drin, da war kein roter Kreis drin. So, es ist überhaupt kein Problem für uns, obwohl wir dieses Bild nur 200 Millisekunden sehen, festzustellen, ob da jetzt entsprechend ein roter Kreis drin ist oder nicht. Und wir können das tatsächlich auch mal noch deutlich schneller machen und auch die Anzahl der Elemente deutlich hochziehen. Kein roter Kreis, roter Kreis. Kein roter Kreis, roter Kreis. Wir können das problemlos wahrnehmen, auch in 100 Millisekunden, ob da entsprechend dieser Kreis drin ist oder nicht. Jetzt ist es aber natürlich so, dass da unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut erkannt werden können oder auch nicht. Also es gibt Sachen, die können wir präattentiv wahrnehmen. Es gibt andere Sachen, die können wir präattentiv nicht wahrnehmen. Also Farbe beispielsweise ist sehr, sehr einfach, präattentiv wahrzunehmen. Deutlich komplexer ist beispielsweise Formen. Also jetzt zwischen Kreis und Viereck zu unterscheiden. Bei 60 Elementen in 100 Millisekunden ist sehr, sehr schwer. Ja, doch, keine Ahnung. Nee, also in keinen von beiden Fällen hätte ich jetzt sagen können, ob da ein Kreis drin war oder nicht. Nee. Doch, doch, links unten in der Ecke, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Doch, ja, ja, okay. Also es geht auch, aber es ist sehr, sehr viel schwerer. Upsi. Hier wollte ich hin. Genau, die präattentive Wahrnehmung funktioniert, wie ich es gerade schon gesagt habe, in den ersten 200 bis 250 Millisekunden. Und das ist eben das, was wir quasi von einem Bild wahrnehmen, bevor wir überhaupt aktiv anfangen, tatsächlich über dieses Bild nachzudenken. Aus der präattentiven Wahrnehmung können wir jetzt aber natürlich Rückschlüsse ziehen. Wo ist es besonders wichtig, einen Fokus drauf zu setzen, wenn ich eben etwas in meinem Bild hervorheben will? Und ich habe es gerade schon gesagt, Farbe funktioniert wesentlich besser als Form und die Luminanz, also die Helligkeit von etwas, schachtelt sich da noch so ein bisschen dazwischen. Das heißt, wenn wir eben beispielsweise in einem Bild etwas hervorheben möchten, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, dass durch einen Farbkontrast, durch eine farbliche Abtrennung zu tun, ist wesentlich sinnvoller, als das Ganze über die Luminanz oder eben über die Form zu machen. Und auch von der präattentiven Wahrnehmung können wir natürlich hier wieder einen Rückschluss ziehen zu unserem allerersten Punkt, zu unserem Psi. Auch das ist natürlich im weitesten Sinne irgendwie präattentive Wahrnehmung, dass wir durch das Editing, was der Cutter hier an dieser Stelle ganz bewusst so gemacht hat, eben sofort wussten, okay, an dieser Stelle wird der Psi wahrscheinlich gleich auftauchen. Okay, jetzt haben wir uns viele spannende Regeln zum Thema Bildkomposition und Bildsprache angeguckt, aber wie zum Geier setze ich denn das alles um? Denn die riesengroße Problematik ist, das alles on location beim Filmen des Videos zu bedenken, ist quasi unmöglich. Also je mehr Erfahrung man hat, desto mehr verinnerlicht man solche Sachen. Also ganz viele von diesen Punkten, so da denke ich gar nicht mehr aktiv drüber nach, wenn ich am Set bin, sondern ich mache das ganz automatisch, weil ich die eben sehr verinnerlicht habe. Aber auch wenn man wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat, ist es trotzdem quasi unmöglich, all das gleichzeitig zu bedenken. So, das geht einfach nicht. Deswegen, Zitat Benjo, Pre-Production ist wichtig, Alter. Also es ist halt deswegen, weil man das alles nicht on location bedenken kann, ist es wichtig, sich vorher Gedanken drüber zu machen, was will ich eigentlich einfangen? Also was ist das, was ich tatsächlich filmen will? Das beste Tool dafür ist mit Sicherheit das Storyboard. Das Storyboard ist sozusagen eine Weiterentwicklung, wenn man so will, des Drehbuchs. Also im Drehbuch wird erstmal nur schriftlich festgehalten, okay, Person X und Person Y treffen sich und unterhalten sich und sprechen vielleicht folgende Sätze, während im Storyboard das Ganze eben ganz gezielt und ganz bewusst auch schon visualisiert wird. Und das muss nicht schön sein. Man kann, wie man hier in diesem Beispiel sieht, das Ganze wirklich auch sehr, sehr simpel gestalten, dass man einfach nur ganz, ganz grobe Zeichnungen von dem macht, was man später tatsächlich filmen möchte, aber eben in diesen Zeichnungen doch trotzdem schon feststellt, okay, wie will ich meine Kamerawinkel machen, wo will ich die Leute platzieren und so weiter und so fort. Ja, das war's. Tschüss! Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr diese Fragen natürlich immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, bin ich gespannt, ob sich irgendjemand dieses lange Video tatsächlich komplett bis zum Ende anguckt. Ihr könnt ja mal, schreibt mal, schreibt mal Tschüss unten in die Kommentare, wenn ihr das Video hier tatsächlich bis zum Ende angeguckt habt. In dem Sinne, ciao, ciao!